Ich fliege, guck mal, meine Stadt an! Deine Stadt? Ja! So, 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 Leute, es geht los! Tausend Koffer und wir sind echt im Stress, nein, wir müssen jetzt los, freust du dich? Ja, ich darf nicht das Flug verpassen! Du bist heute das erste Mal mit dem Flugzeug, hey! Ich darf nicht das Flug verpassen! Ja, guck, wir müssen schnell los! Ja! Aber heute Endzeit Flug nicht verpassen, er zählt die ganze Zeit! Ja! Ja! So, rüber, Mutis! So, mach mal kurz! Oh, Mann! Gana, Gana, Gana! Gana, Gana, Gana! Hast du es auch geschafft! So, Leute, wir stehen jetzt hier, jetzt heißt es Check-In! So, eins, zwei, drei... Ja, ich glaub schon! Ja? Ja! Ja! 18,6 ist totnötig, ne? Ja! Aber sie können das dann mit den anderen mitberetzen! Ja, die anderen waren ein bisschen schwerer, aber die sind weggerissen! 18,6! Hallo! Dokumente, bitte mitnehmen! Tina! Du, Kay, jetzt haben wir es geschafft! Danke, ne? Boom! Freust du dich, Kay? Ja! Oha, das reinigst du! Und nimm, Tina, wo willst du hin? Hier stehen bleiben! Hier stehen bleiben! Hier stehen bleiben! Tina, kannst du bitte die Koffer in Ruhe lassen? Hallo! Okay, du auch! Lass mir die Koffer in Ruhe! Ein bisschen Komplikation hier, ein bisschen was am Klären! Okay! Wie viele Handgepäcke hatten wir? Hast du alle Koffer gezählt? Wie viele? Die nächste Tasche! Ja! Aber ich glaube, das ist auch richtig! Ja, das ist doch gut! Ja, das ist doch gut! Das muss am Ende alles zum Sperrgepäck! Das ist am Ende der Reihe! Ja! Muss alles nach... Nur die Koffer! Auf einmal sind wir in Lagos und kommen nicht mehr weiter hier! Ja! Damit bitte einmal zum Sperrgepäckchen gerade auf! Ja! Okay! Ich frage mal die Gepäckchefin, ob ihr da... Dankeschön! Dankeschön, richtig korrekt! Also erzähl mal, was ist jetzt los? Warum sind die Koffer noch nicht weg? Also... Problem ist, wir haben ein Peace-Konzept oder so, keine Ahnung! Also die Anzahl ist schon erreicht, ne? Genau! Und die Anzahl der Gepäcke sind sieben und wir haben schon sieben! Ja! Und jetzt ist die Frage, weil wir das Gewicht noch nicht erreicht haben, ob wir das dann trotzdem noch mitnehmen auf den, weißt du? Boah, weil wir haben zu wenig, ne? Gewicht, ne? Ja! Genau! Heftig! Ja, eigentlich müssen die das doch voll erlauben, oder nicht? Du bist so süß, ne? Ihr seid so süß, ey! Ihr seid so... Ey! Wir fliegen das erste Mal! Wir fliegen das erste Mal nach Ghana! Wir fliegen das erste Mal! Also Daze, was ist denn jetzt? Was ist jetzt? Ein Handgepäck hat mit ihm, aber ist nicht schlimm! Ja, ein Handgepäck ist ja nicht schlimm! Also nur ein, ne? Nee, gar keins! Achso, du hast es falsch verstanden! Achso, du hast es falsch verstanden! Achso, du hast es falsch verstanden! Ja, nee, ich hab extra gefragt! Ja, alles gut! Achso, ja, okay! Das bringe ich zurück und dann komme ich wieder! Das ist alles für euer Gepäck! Ja! Eingesteckt bis Accra! Ja! Und das sind eure Botschaft! Dankeschön! Und das ist jetzt bis Dubai? Dubai! Achso! Also Dubai ist wichtig! Also das hier kommt zuerst! Das kommt zuerst! Das kommt zuerst! Dankeschön! Wir gehen jetzt mal, Schatz! Komm, let's go! Schieb mal einen Koffer! Komm jetzt, Kino! Komm jetzt, Kino! Toto! 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 Irgendwann später! Oder es geht! Bis dahin der. MaFX! Karin? Ist das wirklich so schlimm mit drei? Nein. Toto! Ja keine Ah pulls Nah, gib doch her! Grein! Guck her! cama komm! Krass &ine Eines, komm! Es geht als Eins! Kay! Kay? Möchtest du das selber machen? Ja! Mal gucken, ob Kähn das schafft. Was? Nein, 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 nein. Jaaa. Danke schön. Er ist aufgeregt, ne? Oh cool. So, geschafft. Jetzt sind wir drin. Jetzt heißt es nur noch zum Geld gehen. Genau, Polizei check, unser alles erledigt. Let's go. Und wo ist unser Geld? Weißt du das? Äh, ja. Wow, das ist so schnell. Okay, pass auf. Wow, okay. Kinder, du musst aufpassen. Komm, komm, wir müssen uns vereilen. Kinder, komm schnell. Tschüss Kinder. Tschüss Kinder. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Du hast eine Show. Du liebst eine Show machen, ne? Ja, ja. Komm, deine Show. Ja, alles gut. Bro, Janko, Janko, komm. Oho, Kinaya alleine. Nach Dubai. Ja, ja. Komm, geh mal schön. Komm, geh mal schön. Noch fliegen wir kein Business Class, aber irgendwann, ne? Ja. Irgendwann fliegen wir Business Class, ne? Papa, komm. Okay, sagst du für dich schieben? Ja. Komm, wir schieben für dich. Oh man, Kinaya ist doch alles gut. Wir sind alles ungewohnt. Ja. Was sagst du dir? Ja. Nein, nein. Univine. Dann geht's, Mama. Kay, und wie ist es? Ist gut? Ja. Hast du Licht angemacht damit? Ja, guck damit. Ja? Mach das mal aus. Mach das mal aus. Wow, du hast was Neues erfunden. Wow. Okay. Freust du dich gerade? Freust du dich? Ja. Gefällt dir das Kay? Ja. Guck mal, wie excited er ist. Base, mein Freund. Ich freue mich auch für dich. Das ist eine schöne Erinnerung für dich später, ne? Ja. Ah, hier. Aua. Ja, und der Före jetzt, you know? Ja. Wow, guck mal, jetzt kannst du auswählen, ne? Was möchtest du gucken, Kay? Uh. Das ist wie? Kay, das ist eigentlich Kay? Ja? Das ist wie ein Tablet, ne? Ich will König der Löwen. König der Löwen? Ja. Da, guck. Kannst du ja machen. Er verhält sich so, als würde er immer geflogen. Als würde er schon immer geflogen, ne? So süß, ne? Obwohl das sein Erster fliegt. Ja. Und wir haben uns auf den Sorgen mal, aber keine Ahnung so verschrien, ne? Was denn? Sie hatte richtig Angst, ne? Und Kay, kommst du recht? Ja, guck mal. Oh, ja. Mama Löwe. Mama Löwe? Ja. Weißt du das? Mama Löwe. So, Leute, jetzt haben wir was Neues herausgefunden. Kayden. Kayden spielt gerade. Oh, Kay. Bist du herzlichst, ist die Bank der Aircraft? Danke. Wow, was ist das denn? Danke. Was ist das? Ich weiß gar nicht. Eine Tasche oder so. Wow. Voll süß. Voll süß. Wow, voll korrekt, ne? Ich will mich anschneiden. Ja, ich schneide dich sofort an. Ich mach das für dich. Tschüss. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Okay, Kay, jetzt richtig korrekt, ne? Kay, dass wir uns umsetzen durften, ne? Ja. Jetzt kannst du es sehen. Ich wollte genau diese Reaktion von dir auf. Guck mal. Guck mal, die Fliege von dem Flugzeug. Oh, ja. Richtig groß, ne? Ja. Hey, Kay. Guck mal. Du musst direkt Haare schnell bewegen. Wer an der Hand kommt, ne? Ja. Wow, er fliegt jetzt. Oh, guck mal. Nachmacher X. Geht in der Schule und läuft. Und was mit den Sachen da? Ja, wir gehen gleich an. Aber Hand schneiden, ne? Und was geht bei Hand jetzt? Na ja, möchte das nicht. Sie hat Angst, ne? Ja, ich glaub schon. Alles gut, aber was meintest du die Frau? Ist der für uns dann wieder zurück, oder nicht? Ja, ich glaub schon. Nur jetzt für dieses Hochfliegen auf dem. Ja, ich glaub. Genau so sieht das aus, Kay. Guck mal den Boden an. Guck mal da. Okay, du musst mal nach draußen gucken. Ja. Three. Four. Five. Sechs. Sechs. Oh, 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 okay, guck mal nach draußen. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Okay, guck mal, Kay. Oi, oi. Hiiii. 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 Hey, guckst du raus? Ja. Noch schneller? Ja. Dann ist schneller. Boah, Kay, guck mal wie das nach oben geht. Guck mal, wir sind gleich ganz oben, ne? Oi, oi, oi. Guck mal, die versieht sie gleich. Guck da oben, siehst du das? Ja. Ja. Das ist bei Kinder gleich. Ui, oi, oi. Guck mal, jetzt hier oben. Guck mal, jetzt hier oben. Kay, jetzt hier oben. Jaaaa. Ich fliege. Guck mal, meine Stadt an. Deine Stadt an. Kay, wir fliegen. Oh, ich sehe meine Familie aus. Oh. Meine Familie aus, wie ich. Siehst du das? Ja. Du lügst. 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 So schön, ne? Juhu. Juhu. Kay, du bist so entspannt. Ja. Wow, meine Familie aus. Warte mal, wie war es für dich jetzt? Gut. Wie fühlt sich das an? Gut. Ja? Du weißt, Kay, wir fliegen jetzt. Wir sind im Himmel, ne? Ja. Wow. Ich sehe jetzt meine Familie, die Haut will. Siehst du die Familie? Ja. Boah, wir sind so weit oben, ne, Kay? Ja. Wow, guck mal, wie schön das groß ist. Ja. Richtig schön, oder? Ich glaube, jetzt kann man das auch wieder ausmachen. Seine Reaktion habe ich gefühlt. So schön. Aber die Leia kann man doch nicht füllen. Aber die Leia kann man doch nicht füllen. Dreck, älte Damen und Herren. Bitte nicht. Entschuldigung. Kino? Lecker? Ja. Das ist Spaß? Ja. Das ist Spaß. Das ist Spaß. Das ist Spaß. Das ist Spaß. Ja. Das ist Spaß. Und eine Kabel. Und eine Kabel dort und die und die und die und die und die. Und die und die und die. Hier. Guten Appetit. Guten Appetit, Kay. Guten Appetit, Kay. Und Kay war lecker? Ja. Was ist das? Das ist ein Nachtisch. Ein Kuchen ist das. Ein Kuchen? Oh lecker. Lass mal kurz Kay probieren und sag mal wie das schmeckt. Wie schmeckt das? Lecker? Ja? Ja. Das ist vielleicht. Desi, probier du mal. Mama, auch probieren. Ja. Ja. Das ist wunderbar. Ja. Ah. Schmeckt es? Ja, muss nicht unbedingt. Kinder. Aber für Kinder ist es gut, oder? Ja. Kinder. Ich probier mal. Das Gute ist auch noch Leute, wir haben gefragt, ob Kinaya auch was bekommt. Dann haben wir auch korrekt, dass sie bekommen. Ich muss wirklich sagen, Emirates ist richtig kinderfreundlich. Ja, ne? Das ist jetzt keine Werbung, by the way. Wir merken einfach, dass die voll freundlich sind und so. Zu freundlich. Das zeigen wir uns später. Ja. Oh mein Gott, das sieht so lecker aus. Und hier haben wir noch einen Couscous-Salat. Was hier irgendwie nachrisch. Wow. Papa. Okay. Gefällt dir das? Guck mal, wie hier liegt, Leute. Ganz entspannt, gemütlich. Eine Reihe für Kane alleine. Aber schaut ein bisschen auf Fernseher, ne? Okay, du musst da schlafen, mein Schatz, ja? Und da oben mäßig Sterne. Ja, gemütlich. Okay, wir sind alle kaputt. Die Knalle. Ja. Die Bici. Okay. Wir sind alle kaputt, ja? Wir sind gleich draußen. Du hast es schon geschafft, ey. Wir fliegen noch weiter. Komm, mein Zimmer, Kane. Ist ja kält, jetzt wieso? Ja, wegen dem Erdpappen bisschen an hier, ne? Ja. Wir sind alle gerade irgendwie jetzt kält. Danke, Kane, ne? Danke für deine Hilfe. Danke. 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 Ich nehme mal die Tasche. Komm, du schau rein. Erst mal, Papa. Super. Super. Genau, Trago. Super. Starter, Junge. Wuuu. Starker, Boy. Gut gemacht, ey. Hallo. Hallo, Papa. Ich bin so chill. Ich merke, wie sie chillt. Ja, ja. Kane auch. Aber Kane ist ja schlecht gelaufen, ne, Mama? Ja. Man, das ist gut. Das ist wahrscheinlich nicht mehr. Mein Schatz. Wie spät ist es jetzt gerade hier? Ich glaube, irgendwas mit 6, oder? Nach 6, dann müssen wir uns gleich mal eingelden. Du magst es, Bro? Ja. Okay, da, Lenk. Fahr da. Fahrradition mit Mama. Ist ich müde? Komm, pass auf. Stüche. Komm, los. Wir müssen uns beeilen. Jetzt gib mal deinen Koffer hier. Komm, Kane, schaffst du? Ja. Sehr schön. Komm, hinter Mama her. Let's go, let's go, let's go, let's go. Okay. Jetzt haben wir das erst mal geschafft. Jetzt haben wir das erst mal geschafft, oder? Nicht ganz. Nicht ganz. Nicht ganz. Okay, komm. Komm. Ja, ich nehme die jetzt. Komm. 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 Genau Hafe. Ja, das ist ist mein Stock. Ja. Wie kriegen wir jetzt Wasser her? Innerhalb habe ich mich fragen? Kann ich gleich fragen, kann ich frage gleich für dich? Und du China, ob du genießt dein Popcorn? Wir besteیا ich eine. Oh, ich liebe das, wenn du teilst. Du bist meine Prinzessin. Buram lachst du jetzt? BASE. Kinder BASE. So frech, ne? Du musst auf Papa hören, wenn ich sage BASE, dann ist er direkt BASE. Jetzt gehen wir nach Ghana. Einmal kurz umsteigen. Die Sonne scheint. Genau, die Sonne scheint und du kannst Fufu selber machen, okay? Papa. Du, Kinder, ja, du auch? Freust dich auf Fufu essen? Guck mal, sie hebt Fufu. Guck mal, wie sie Fufu liebt. Guck, erzähl mal ein bisschen. Wie knapp war das gerade? Es war ehrlich knapp. Okay, wir starten noch ein bisschen. Das heißt, wir hatten auch noch ein bisschen Zeit gehabt, aber war gut, dass wir uns beeilt haben, weil unnötig. Aber nächstes Mal nie wieder so, ne? Weil das ist voll anstrengend. Weil wir mussten Caden jetzt wecken und so, das war so anstrengend. Mitten im Schlaf. Deswegen ist er auch schlecht gelaunt, das kann man auch voll nachvollziehen, ne? Kenaya hat auch so ein bisschen Stress gemacht, kann man auch nachvollziehen. Sie wurde auch aus ihrem Schlaf geholt quasi, ne? Alles gut. Gleich gibts Essen, dann kannst du wieder schön lachen. Du liebst ja Essen, ne? Ja. Okay, was möchtest du alles sehen? Schlangen? Das ist doch Schlangen, ne? Schlangen und Krokodile und Löwen und Pandas und Kriegern und Leoparden. Leoparden auch? Ja. Das. Was machen wir? Hi. Oh nein, hi. Okay, hi. Ich weiß nicht. Okay, aber ja. Und schmeckt's? Papa hat euch kurz wasserklar gemacht. Sagt ihr Danke? Kennst du? Jetzt Welle machen. Sagt ihr jetzt Danke oder nicht? Kinder, trinkst du auch? Das ist nämlich... Boah, Cain hat... Blau. Blau. Deine Lieblingsfarbe, ne? Blau. Ja, blau. Okay, Blau ist deine Lieblingsfarbe, meinst du doch, ne? Ja. Wow. Also Daisy, das haben wir ja von einer anderen Fluggesellschaft bekommen, ne? Zeig mal. Ella's Kitchen. Okay, dann probier mal bitte. Schmeckt das? Okay, probier mal. Nein, nein, nein. Drücken, drücken, komm. Probier. Okay. Schmeckt? Ja, Cain, guck mal her. Schmeckt? Schmeckt? Du lügst. Du bist satt auf einmal? Ich dachte, das schmeckt. Wenn das schmeckt, wieso bist du auf einmal satt? Verstehst du das? Weil das nicht bock mal. Lass bock nicht. Direkt in den Mülleimer hier. Sorry, aber... Das ist kein Essen hier, das man essen kann, ne? Nein, 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 nein. Nein. Okay, kannst du zeig, was du jetzt bekommen hast? Oh lecker. Was noch? Das Tier. Ein Kuchen. Für Kuchen? Cheesecake. Cheesecake? Oh mein Gott. Knaja hat aber nichts bekommen. Es ist heiß. Du musst aufpassen. Knaja. Boah das ist Gain. Du kannst bei Mama und Papa essen. Oh. Das Tier war lecker. Voll gesund. Und du hast leider nichts bekommen. Weil du als Baby gezählt bist. Aber kannst du bei Mama und Papa mit essen? Ja du isst bei Mama und Papa. Und die Cake sagtest du auch. Was ist das? Chips? Oh lecker. Das hat er schon gezeigt. Milchbrot aber diesmal. Was ist das denn? Oh lecker. Und das noch Kekse. Und das hier. Oh lecker. Das sieht aber richtig lecker aus. Hast du das Hähnchen? Ja. Und Karotte? Ja. Lecker. Ich glaube das ist bestimmt so süß. Die möchte jetzt nicht jedes Getränk auftrinken. Also ausdrinken. Danke. Aber das hier ist nicht aus Papier. Wow. Deutschland alles aus Papier. Ich wünsche dir einen guten Appetit. Danke. Ich habe doch gar nichts hier. Das ist leer. Kannst du mal Danke sagen? Danke schön Papa. Bitte mal Schatz. Lass es dir schmecken. Oh nein. Nein. Okay. Tina gibt jetzt wieder Kek. Nicht alles ausdrinken. Aber Kain sehr gut dass du teilst. Super. Lecker. Also. Oh. Mama hat. Was hast du nochmal? Chicken Curry. Chicken Curry. Und einen. Was ist das? Oh lecker. Ich habe auch Fragen. Nervig. Couscous oder was ist das? Nein. Was ist das? Ich hatte zu fragen ob sie Salz hat. Weil gestern dann ist das Salz. Salz? Salz und Pfeffer müsste eigentlich gar weit sein. Tina was ist los? Was meckerst du? Mmmh lecker. Wie? Wow. Was ist das? China? China guckst du mal? China? Pupenase. Was ist das? Nemo? Okay. Du hast Nemo auch schon geguckt. Fandest du spannend. Und nun Clay. Was guckst du? Das ist ein Team. Boah. Wie kommt der Trieger? Spiderman. Okay. Guckst du da Spiderman? Hey. Guckst du Spiderman? Sehr schön. Du schaffst es alleine Clay. Nein, nein. Das ist falsch. Dann muss das wieder weg. Genau. Ah. Okay. Du musst aber auch hier gucken. Wo ist diese Strecke? Wo ist das? Da. Ja. Dann musst du das auch machen. Da. Ja. Da. Da. Ja. Da. Da. Ja. Super. Zeig was du drauf hast. Das muss hier geschafft werden. Kay ist schon gut dabei. Nein. Das kann das nicht sein. Wieder weg. Ich glaube das muss dahin dann. Das weg. Das muss hier hin. Genau. Let's go Kay. Let's go Kay. Let's go Kay. Let's go Kay. Let's go. Genau. Das muss dahin. Hierher. Komm dahin. No. Super Kay. Super Kay. Ey. Ist es gut? Ja. Richtig. Ja. So Leute. Wir landen gleich und Kay spürt das schon. Kay du merkst das ne? Dass wir gleich landen. Es ist schwindelig. Ist es schwindelig? Ja. Guck mal wir gehen weiter runter ne? Ah. Ah. Ich merk das auch. Ah. Ich kann ja Spalliba jetzt fahren. Oi 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 oi. Merkst du das auch? Ja es kribbelt im Bauch. Es kribbelt ne? Kay es kribbelt im Bauch ne? Ja. Aber nicht schreien. Hier sind noch andere Leute ja? Ja. Ja. Guck mal das geht bestimmt gleich nochmal weiter runter. Okay. Hoppa. Was macht ihr damit? Ich hab gestern dann gleich geschlafen als es gelandet ist ne? Bist du aufgeregt? Ja. Gleich macht das so boom. Ja. Gleich, du hast echt geschlafen ne? Ja. Gleich macht das boom. Boom kaya kaya. Okay guck mal wie landen. Ja. 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 Oh richtig angenehm ne? Wow. Wow. Voll weich gelandet. Zu weich gelandet. Oh. Wow. Guck mal die Fliegeplatte an. Ja die Fliege. Ja die sind aufgegangen. Ja. Vielen Dank. Wow. Man såfiklar. Vielen Dank. Es geht ja THEYLY. Das ist anders. Willkommen, Leute, in Ghana. Ihr wisst es. Hier, Leute, damit ihr seht, ihr meintet Weißafrikaner. Ihr arbeitet auch hier, ganz entspannt. Kay, wie geht's dir? Geht's dir gut? Wie fühlst du dich? Guck mal, guck mal. Mein Löwe. Kurze Info. Was ist jetzt passiert? Ich habe zwei Reisepässe im Flugzeug vergessen. Meins und Cain. Dein und Cains ghanaischen Pass. Und ja, es war echt dumm von mir. Ich dachte, ich habe sie zurückgefangen, aber habe ich wohl nicht. Ja, ich musste erst mal wieder ganz... Guck mal, Leute, ich musste wieder zurück dahin. Genau. Und dann war das zwischen den Stühlen. Dann dachte ich mir so, was geht ab. Du musst auch aufpassen. Alles gut. Alle sind schon weg. Die Schlange ist auch weniger geworden. Genau, jetzt gehen wir hin. Okay, dann. Peace out. Das müssen wir auch auf jeden Fall festhalten. Was müssen wir jetzt noch machen? Jetzt müssen wir hier noch einen Schnelltest machen. Schnelltest machen, ne? Jetzt kurz hier Schnelltest. Da drüben ist Daisy. Was ist das? Was ist das? Nein, 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 nein. Ich habe nur noch einen Schnelltest. Ist das okay? Nein, 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 nein. Jetzt sind wir angekommen. Was geht jetzt? Die füllen nur die Karte aus. Okay, warte mal. Okay, 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 warte. Wo kriegt man jetzt seine... Ach so, wir müssen ja Gepäck machen und Karton und so, ne? Okay, komm her. Und was ist das jetzt für eine Station? Hier wird jetzt kontrolliert, ob wir uns gegen Geldfieber geimpft haben. Oh, jetzt haben wir alles hier. Oh, 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 oh. Okay, schaffst du das? Oh, 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 oh. Oh, ich wollte das auch machen. Oha, bist du richtig stark. Wow. Jetzt haben wir alles, oder? Und jetzt holen wir die Kartons ab. Wo denn? Die meinten irgendwie da drüben. Aber erstmal brauchen wir so einen Wagen überhaupt, oder? So, wir haben jetzt hier alles. Das ist ja richtig kaputt. Ich habe hier gesehen, guck mal hier, Loch. Die haben ja gar nicht die Sache gut behandelt. Was geht da? Die sollten das nur in Flugzeug packen, mehr nicht. Ey, das sind... Wir wollen damit doch helfen, so, weißt du? Ja, weißt du, was ich mein? Sehen wir, das können wir nächstes mal nicht so machen. Heftig. Dann müssen wir wieder eine andere Lösung finden, was dir... Das ist geschädigt komplett. Das ist nur ein Tag gewesen. Ja. Es kommt mir so vor, jetzt sieht man das irgendwie eine Woche oder zwei Wochen. Echt so, unterwegs gewesen. Trotzdem soll das nicht so aussehen, weißt du? Komm mal her. Therese, komm her. Therese, komm her. Humpel, 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 humpel. Ey, hast du Caden schon gesehen? Ja! Ja! Mach doch A2 Caden, mach doch A2 Caden. Ja! Ja!' Buse? Buse? Wäaah! Ey, ey, is it, is it Biden in Ghana? Aaaaaaaah! 키 hat diesen. Segen.